So, direkt weiter geht's hier, aber direkt. Wir machen jetzt, äh, das, was wir immer machen. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Nein, Quatsch. Äh, wir versuchen jetzt, äh, mal, so ernst, direkt, äh, erstmal, ja, das wieder einzusortieren. Und zwar so, äh, Holz. Holz. Aber wir haben ja hier noch Holz, sehe ich gerade? Super, geil, toll, super, toll, toll, äh, 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 toll. Toll. Ausrüstung, dann können wir mal die Feldhacke rein, eine Schere können wir da rein machen, den Kram behalten wir mal noch. Bodenschätze können wir mal das Stack Kohle rein machen, behalten wir. Äh, Deko, ach Quatsch, nicht Deko, Drops, Knochen, den Eimer behalten wir mal. Alles klar. Ist auch die Rüstung, na, sieht noch okay aus. Und dann machen wir uns jetzt mal auf und suchen und ein kleines bisschen Liebe. Ne, Obsidian suchen wir jetzt. Und dazu gehen wir einfach mal in unsere Lieblingshöhle. Den Eingang haben wir ja nun schon, der wird ja sicherlich, der wird ja sicherlich nochmal ein bisschen was ausbauen hier. Guck mal, die Decke ist noch ziemlich niedrig, stoßen wir schnell in den Kopf. Au, 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 au. Und zwar die ganze Zeit. Hier habe ich auch noch eine kleine Treppe gebaut. Naja, nicht ganz. Boah, ist aber auch schön hier. Voll schön. So schön, das muss man sich einfach immer wieder sagen. So, gab es denn hier irgendwo in der Nähe Obsidian? Ja, hier. So. Wenn wir mal jetzt hier uns hier hinpacken. Erde. Hanno, hoch da. Ja, hoch. Ja, hoch da. Boah, ist ja ein Fluss hier. Da ist ein Slime, da ist ein Slime und da ist ein Slimeball. Das ist ja Storm Award. Zack. Haben wir noch ein Slime mitgenommen. Boah, ist ja ein aggressiver Creeper hier. Oh. Okay. Überredet. Gerade so überlebt. So. Boah, mega Ruckler gerade. So. Also wir gehen jetzt hier hoch. Muss ich da jetzt echt hochschwimmen? Alter, wo kommt denn das Wasser her? Das geht ja hier einmal komplett direkt durch. Mir reicht's. Nein. 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 So. Und dann gehen wir hier runter und dann schnappen wir uns direkt mal das Obsidian. Ähm. Mission failed oder was? Mano. So. Dann hoffe ich mal, dass jetzt hier drunter keine Lava ist oder so. Das wäre natürlich sehr ungünstig. Ach, Obsidian. Geht immer so schön sch- Scheiße. Scheißen Dreck. Toll. Wie mach ich denn das jetzt am dümmsten? So. Müssen wir nochmal hier irgendwann eine Lösung finden. Kann ja so nicht weitergehen. Ist ja kein Zustand. So. Ein Obsidian haben wir. Wow. Fehlen nur noch 60.000. Nein. Ich weiß gar nicht, wie viel braucht man denn für so ein schönes Obsidian-Tor. Zwo oben. Zwo unten. Und an den Seiten. Ich glaub drei hoch oder vier. Lass mich überlegen. Ich würde sagen, wir nehmen. Ich glaub es war drei, aber wir nehmen mal trotzdem pro Seite vier Stück mit. Also brauchen wir acht. Zwölf. Muss ich jetzt hier meinen guten Cleanstone da reinballern. Ist aber nicht nett. So. Probleme löst. Also nehmen wir zwölf. Zwölf mal mit. Und dann müsste das ja passen. Ich glaub so viel ist hier auch gar nicht. Gucken wir ja vielleicht mal auf die Hälfte. Naja vielleicht nehmen wir doch zehn mit. Na ja so müssen wir auch mal gucken. Dann bauen wir uns einfach mal direkt das Portal hin. Dann müssen wir uns noch ein Feuerzeug bauen. Und dann hat der auch fast sie schafft. Und dann können wir dann doch in der nächsten Folge erst in den Nether. Wahrscheinlich. Also diese Folge ist das noch nicht angesetzt. Da werden wir erstmal bauen. Und verhauen. Und klauen. Und ja in der nächsten Folge geht das dann voll ab. Voll ab geht das dann im Nether. Wenn wir uns dann hier mit den Schweinepriestern da anlegen. Und ja auf die Gasts freue ich mich ja nicht so wirklich. Die Heckenpenner die Sänge. Ich mag die nicht. Die sind immer voll unfreundlich. Ja mal sehen. Wenn wir vielleicht noch. Vielleicht haben wir ja Glück. Und landen direkt bei einer Festzone. Dann können wir noch ein paar Lohnen mitnehmen. Damit wir hier auch mal unseren Alchemiekeller am Start kriegen. Aber alles mit zu seiner Zeit. So wie waren wir denn jetzt? Zehner. So ein Zufall aber auch. Oh Redstone nehmen wir mal noch mit. Man weiß nicht wofür man es braucht. Ja. Und ich wurde schon öfters gefragt. Warum der Zombie hier ist. Der ja kein T-Shirt anhat. Nein mein Schwert ist kaputt. Ich hab glaube ich keins mehr bei. Nein. Und kein Holz. Nein. Verdammt. Toll. Kommen wir doch nie wieder weg. Zack. Okay. Dann müssen wir das irgendwie anders lösen. Nehmen wir jetzt einfach mal den Bogen. Ach du Scheiße. Wo ging es raus? Wo ging es raus? Hier nicht. Ich glaube hier unten war das doch. Oder? Wieso ist das da überall noch so dunkel? War ich da noch nicht? Ist hier die Treppe nach oben? Die Treppe zum Glück. Könnte mich jetzt auch hochkramen. Aber da bin ich irgendwie zu faul für. Ja da unten ist nochmal Lava. Ich weiß ich könnte mir jetzt einfach einen Wassereimer schnappen. Und den ich sogar bei habe. Und dann würde das losgehen. Aber nö. Verstehe nicht wieso ist das hier so dunkel? War hier doch schon mal. Gold. Das lassen wir da jetzt aber mal. Ich glaube da ging es hoch. Mann. Ich hasse Höhlen. Ich kann ja theoretisch gleich mal die Playlist ändern. Aber ich habe ja vor. Mache ich auch direkt mal. Moment. Moment. So. Eigentlich unnötig. Weil ich grabe mir jetzt einfach nach oben. Mir reicht es. Hier ist mal diese Suche. Und dann werden wir hier 1000 Tunnel graben. Ich bin ja mal gespannt wo wir rauskommen. Ich mache mal Licht für euch. Ich bin ja netter. Ein paar Steine kriegen wir so auch noch mit. Ist das ja ätzend. Ich hasse Höhlen. Hier muss es doch bald mal rausgehen. Okay. Mann, 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 Mann. Ich lasse die Kohle jetzt einfach mal hier. Aber es ist schon zu voll. Warum muss der denn auch ausgerechnet jetzt mein Schwert kaputt gehen? Beziehungsweise warum war ich wieder so unvorbereitet? Oh, oh. Tadam. Hallo. Hau dich mit deinem eigenen Fleisch. Nein, ich hau ab. Ab nach Hause. Schnell. Da ist unser Haus. Spike mal direkt hin. Boah. Ben. Lauf, Schlampe. Lauf. Autsch. Geschafft. Wir gehen jetzt aber schnell ins Bett. Und dann basteln wir uns mal kein Schwert. Wir gehen nicht schlafen. Ja, ist egal. Schlafen können wir, wenn wir tot sind. Kekse war Grille. So ein Spacko, ey. Echt? Wen hält der sich? Der Mongo. Erstmal ein Chicken Wing zur Berührung. Kohle. So. Der ist keine Kohle mehr drin. Da ist auch keine Kohle mehr drin. Achso, da ist auch kein Ding. Alles klar. Da ist alles klar. Alles klar. Alles klar. So, Stein kommt dann bei Stein. rein das Reimsilfe so in unseren Restposten da können wir Schleimblätter rein wir haben ja bald einen Stack zusammen wir brauchen eine Enderperle brauchen wir uns jetzt unser Schwert zack haben wir ein Diamantschwert das verrottete Fleisch kommt dann hierbei Tropfen rein den Stick nehmen wir mit die Erde behalten wir so dann müssen wir uns jetzt natürlich ein schönes Bördchen suchen wo wir unser Portal hinwasseln was ist mit dir na komm her na komm fein na komm fein zack so rein geht's ja die Frage des Jahrhunderts ich will ja unser Portal jetzt nicht unbedingt in der Nähe haben drei Endermen heftig heftig na Kekse war Kralle wo stellen wir unser Portal hin ich will es ungern im Haus haben eigentlich weil dann kommt die ganze Zeit dieses Oder ich baue unseren Keller weiter aus. Dann würden wir hier nämlich die Kisten wegnehmen. Dann würden wir hier noch einen kleinen Gang und so eine Treppe runter machen. Das weiß man nicht. Ich mache das jetzt einfach. Die Kisten hier kommen weg. So. Dann mache ich jetzt hier schon eine Treppe runter oder mache ich hier eine runter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder so. Ich glaube so ist besser. Ist besser. Dann brauchen wir auf jeden Fall wieder Steine zum hübsch auskleiden. Dann kann ich die Popel vielleicht da wieder rein. Holzkram. Annih wir nochmal in die Kisten bei Holzkram drinne. Jep. Also Holz. Alles klar. Dann schnappen wir uns noch ein paar Steine. Annih wir noch ein Stack. Und dann beenden wir erstmal die Folge und dann kümmern wir uns um die Ecke mal. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Tschööö. Tschööööö. Tschöööö. Untertitelung des ZDF, 2020